So, wie ich das vorhin schon angepriesen habe, was ist das denn hier unten? Na, da schäumt man ja mal gleich. Wie ich das schon vorhin angepriesen habe, als ich die ganzen Damen hatte, habe ich gesagt, jetzt wird es mal langsam Zeit für die Männerwelt und so ist es auch. So, haben wir schon bei uns hier wieder einen internationalen deutschen Meister geholt, der ja gerade noch am Kauen ist, weil man hat natürlich Hunger nach so einer Bühne, ne? Ja, Hunger wie Sau, ja. Ich hoffe, das zählt als Mann. Ich habe trotzdem einen kleinen, langblonde Haare, aber ich hoffe, das zählt trotzdem. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Markus, du bist heute internationaler deutscher Meister der Classic Physikklasse geworden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Geile Klasse. Ich habe das mal beobachten können hier aus dem Backstage-Bereich. Erst mal davon abgesehen, hattest du ja verdammt starke Konkurrenz, richtig? Ja, war ein brutal starkes Feld, aber ich habe genau damit gerechnet. Hier sind keine Gurken mehr, hier hat sich jeder qualifiziert, jeder hat verdient, hier zu stehen. Und ich bin echt froh, dass ich in einem starken Feld bestanden habe. Hat echt Spaß gemacht. Das Geile war ja noch, was ihr ja nicht gesehen habt, du hattest ja vorhin die Kür gemacht, ne? Und dann bist du ja von der Bühne gekommen und ich stehe im Backstage-Bereich und Markus ist direkt an mir vorbei. Der war so, du warst so glücklich mit der Kür, dass er einfach so eine Faust mir geschenkt hat. Ich bin voll der Fan geworden und jetzt hast du das Ding auch noch gewonnen. Geil. Markus, mit dem Potenzial, mit der Linie, wie geht es weiter bei dir? Müssen wir schauen, nächstes Jahr, ich habe noch sehr viel Luft nach oben. Ich habe noch drei Kilo bis zum Gewichtslimit, dreieinhalb Kilo sogar. Müssen wir schauen, ob ich weiter aufbaue oder ob ich sage, es geht weiter. International darf ich jetzt starten. Müssen wir alles noch besprechen mit meinem Coach. Jetzt gibt es erstmal eine schöne Offseason. Erstmal essen, leben, leben, trinken, all das. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, zieh schön durch und wir sind gespannt, wann wir dich das nächste Mal wieder vor der Kamera haben. Vielen Dank, ich will dir auch noch was sagen. Ja, klar. Ich möchte mich bedanken bei Body Extreme. Ihr habt mega geile Bilder gemacht in Gersthofen auf der Süddeutschen, in Hockenheim. Wunder, wunderbar. Alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Hat er mir nicht gesagt, dass ich das sagen soll, das sage ich wirklich von mir. Klasse Job, Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Und wir gucken mal, wen wir als nächstes vor die Linse kriegen. Dankeschön, bis gleich. Ciao.